Letzte Woche war es soweit. Der Himmel öffnete die Wolkendecke und gab zur Abwechslung mal den Ausblick auf blauen Himmel frei. Das war die Gelegenheit für Groß und Klein die Badesachen einzupacken und unter den warmen Sonnenstrahlen so richtig die Seele baumeln zu lassen. Denn mal ganz ehrlich, in diesem Sommer war das nur selten der Fall. Ziemlich enttäuschend, viel zu wenig Sonne. Dieses Wochenende ist ja einfach, diese Woche ist perfekt. Voll viel Sonne und es ist einfach schön hier. Ich will mehr von solchen Tagen. Ja, eigentlich ganz okay, außer manche manchmal was geregelt hat. Bisher war der Sommer für mich eigentlich zu kalt und zu regnig. Ja, weil zu viel Regen fand ich. Die letzten drei Tage waren super, ansonsten recht durchwachsen. Wie dem auch sei, es war Zeit ins kühle Nass zu springen, ein Eis zu essen oder sich in der Sonne knusprigbraun braten zu lassen. Aber der Sommer warf im wahrsten Sinne des Wortes seinen Schatten auf die Freibäder, deren Geschäft saisonabhängig ist. Bad Leiter Thomas Wirum von der Steinbachtalsperre bei Euskirchen kann mehr darüber erzählen. Er hat sich schlecht ausgewirkt. Wir hatten Pfingsten eröffnet, drei Tage guten Besuch. Und danach war nichts mehr. Der Sommer an sich ganz schlecht. Letztes Jahr habe ich immer gesagt, das ist ein schlechter Sommer. Schlechter kann es nicht werden, aber das war leider gelogen. Bis jetzt ist es noch schlechter. Aber wir hoffen durch den Besuch jetzt, dass wir dann ein bisschen bessere Besucherzahlen bekommen. Man sagt ja, nichts ist so unbeständig wie das Wetter. Das weiß Meteorologe Wolfgang Reif vom Deutschen Wetterdienst in Essen am besten und kann erklären, warum dieser Sommer sich so wechselhaft gibt, wie er es bisher getan hat. Der Juni und Juli war ja in weiten Teilen recht unbeständig, kühl und nass gewesen. Das liegt auch im Prinzip an den planetarischen Wellen, die die Nordhemisphäre sozusagen umfließen. Das sind also wie große Siedlungsschwingungen, die im Prinzip eine hohe Persistenz aufweisen. Das heißt also eine große Erhaltungsneigung auch haben. Das heißt, wir hatten ja zum Beispiel die Situation kühl und nass, während im Bereich der USA es ja trocken und heiß war. Also wir hatten also die schlechteren Karten sozusagen. Und das war eigentlich auch der Grund dafür, dass hier Mitteleuropa so lange im Bereich dieser kühlen und wechselhaften Luftmassen gelegen hat. Tendenziell, so Thomas Reif weiter, wird es erstmal nicht besser. Die heißen und sonnigen Tage sind somit mit dem Ausgang der letzten Woche vorbei. Umso mehr hat man die Wärme in der letzten Woche voll ausgekostet. Die paar Tage voller Sonne taten aber nicht nur dem Umsatz der Unternehmen und dem Freizeitspaß der Badegäste, sondern auch der Seele gut. Ja, ich fühle mich sehr gut. Sehr schön. Die Seele ist so, kann man sagen, hoch. Diese Woche. Sehr gut. Ich genieße jeden Tag, solange die Sonne da ist. Herrlich. Einfach traumhaft schön. Besonders mit unseren Enkelkindern, die aus Berlin hier sind. Und wir freuen uns, dass wir das hier an der Steinbach-Talsperre mit den beiden Mäusen genießen können. Gut. Ja, ich hoffe, es bleibt auch so. Das tun wir auch und hoffen, dass wir in diesem Sommer noch ein bisschen mehr Sonne abbekommen und dass es im nächsten Jahr besser wird.